Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Ja, es ist ein neuer Emote rausgekommen, der überschwangen oder lavish. Nehmen wir euch jetzt mit dem kompletten Spinn von Herrn sofort durchspielen. Gucken wir mal, wo sieht er gut aus, wo weniger gut. Bin ich gespannt schon drauf. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, dann fangen wir doch einfach mal hier oben an. Gehen wir mal in den Spinn rein. Wählen wir den ersten Skin aus. Und auf, los geht's los. Wie immer, ich werde jetzt meine Klappe halten und werde jetzt einfach mal hier den Sound umswitchen, damit ihr davon, ja, damit die Qualität des Sounds einfach ein bisschen besser wird. So, also von mir gibt's jetzt nichts mehr zu hören. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie gibt's Mist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020